Moin, der Busseverein Bockhorner Feld bedankt sich beim Busseverein Grün-Kamm für die Nominierung zur Goldwater Challenge 2014. Wir nominieren den BV Grabstede, BV Bredehorn und BV Osterforde. Die Regeln sind bekannt. Ihr habt 72 Stunden Zeit, die Nominierung anzunehmen und ein Video zu drehen. Schafft ihr das nicht, freuen wir uns auf eine Einladung zum Grillabend. Wir sind hungrig und extrem durstig. Danke. Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! 1, 2, 1 noch mehr! 1, 2, 1 noch mehr!